Im Schatten der Guillotine, als die Sonne über einem blutgetränkten Paris im tumultartigen Jahr 1792 während der feurigen Wirren der französischen Revolution aufging, entfaltete sich ein entsetzlicher Akt der Brutalität, der für immer die Seiten der Geschichte beflecken würde. Marie-Thérèse Louise von Savoyen, die Prinzessin von Lambal, eine enge, vertraute und intime Freundin der zum Untergang verurteilten Königin Marie-Antoinette, sah einem Schicksal entgegen, so grausam, dass es die dunkelsten Tiefen der menschlichen Verdorbenheit widerspiegelte. Geboren in den Überfluss des Hauses Savoyen im Jahr 1749 wurde die Prinzessin von Lambal durch ihre Heirat mit Louis-Alexandre de Bourbon, dem Prinzen von Lambal, im Alter von 17 Jahren in die turbulenten Strömungen der französischen Politik geworfen. Durch das Navigieren der verräterischen Gewässer des königlichen Hofes zog die Loyalität der Prinzessin zur Königin, sie zum Tuilerin-Palast, einem großen Symbol königlichen Überflusses, das während der Revolution zum Gefängnis für die königliche Familie wurde. An jenem schicksalhaften Tag im September 1792 durchbrach ein wütender Mob, deren Herzen durch die Verwüstungen von Ungleichheit und Ungerechtigkeit verhärtet waren, die Straßen von Paris mit einer Blutgier, die keine Grenzen kannte. Die Prinzessin, deren einziges Verbrechen ihre unerschütterliche Loyalität zu Marie-Antoinette war, wurde brutal ermordet, ihr Körper unbeschreiblichen Akten der Gewalt unterworfen. Ihr abgetrennter Kopf, grotesk auf einer Peik durch die Straßen getragen, wurde zum Fenster von Marie-Antoinette im Tempel in einer monströsen Darstellung revolutionärer Gerechtigkeit gebracht. Die Schreckensherrschaft, überwacht vom Wohlfahrtsausschuss unter der Leitung von Figuren wie Maximilien Robespierre und Georges Danton, führte dazu, dass über 40.000 Menschen hingerichtet wurden oder im Gefängnis starben. Robespierres erschreckende Rechtfertigung, Terror ist nichts anderes als Gerechtigkeit, prompt, streng, unbiegsam, bietet einen harten Einblick in die Denkweise, die diese Periode extremer Gewalt befeuerte. Begleiten Sie uns, wenn wir uns in das Herz der Schreckensherrschaft der französischen Revolution vertiefen, um das tragische Schicksal der Prinzessin von Lamballe zu entwirren, ein Opfer politischer Turbulenzen und ein Symbol für den gnadenlosen Zorn der Revolution. Willkommen im Tagebuch von Julius César. Ein Wandteppich aus Treue und Tragödie, das rätselhafte Leben der Prinzessin de Lamballe, Im opulenten, doch turbulenten Wandteppich des französischen Adels des 18. Jahrhunderts rufen wenige Figuren eine Mischung aus Intrige und Tragik hervor, wie Prinzessin Marie-Thérèse Louise von Savoyen-Carignan, besser bekannt als Prinzessin de Lamballe. Geboren im Haus Savoyen in Turin, Italien, am 8. September 1749, war sie die Tochter von Prinz Louis-Victor von Savoyen-Carignan und seiner Gemahlin Christine Henriette von Hessen-Rheinfels-Rotenburg. In die volatile Welt des französischen Adels durch ihre Heirat im Alter von 17 Jahren mit Louis-Alexandre de Bourbon, Prinz de Lamballe, Erbe eines der reichsten Vermögen Frankreichs geworfen, war ihr Leben ein Gemälde starker Kontraste. Der Überfluss ihres frühen Lebens war geprägt von der Pracht des Piemontesischen Hofes, wo sie von den besten Lehrern, Künstlern und Musikern der Epoche umgeben war. Jedoch führte der frühe Verlust ihres Ehemannes im Jahr 1767, kaum ein Jahr nach ihrer Hochzeit, dazu, dass sie im Alter von 19 Jahren eine junge Witwe wurde. Diese persönliche Tragödie führte zu ihrer tiefen Melancholie, ein starker Kontrast zur glitzernden Welt, in der sie lebte. Aber es war diese Schicksalswendung, die sie an den französischen Hof in Versailles führte, wo sie Königin Marie-Antoinette begegnen würde. Die Königin, fasziniert von Lamballes ätherischer Schönheit und Anmut, knüpfte eine tiefe und dauerhafte Freundschaft mit ihr, die schließlich zu Lamballes Ernennung zur Oberaufseherin des Haushalts der Königin im Jahr 1775 führte. Diese Rolle war nicht nur ein Titel, sie war ein Zeugnis der intimen Verbindung, die sie teilten, eine Seltenheit in den oft oberflächlichen Kreisen des königlichen Hofes. Die Freundschaft zwischen Lamballe und Marie-Antoinette war ein Leuchtfeuer der Beständigkeit im turbulenten Leben der Königin. Als das politische Klima in Frankreich zunehmend volatil wurde, blieb ihre Beziehung standhaft. Lamballe war oft die Vermittlerin zwischen der Königin und ihren Kritikern am Hof, wobei sie ihre diplomatischen Fähigkeiten einsetzte, um die tückischen Gewässer der Palastintrigen zu navigieren. Ihre Bindung wurde im Jahr 1785 während des berüchtigten Affaires des Diamantenhalsbands weitergefestigt, wo Lamballe der Königin unerschütterliche Unterstützung bot, während des Skandals, der die Monarchie erschütterte. Trotz des heraufziehenden Sturms der französischen Revolution blieb die Treue der Prinzessin de Lamballe zu Marie-Antoinette und der Monarchie unerschüttert. Als die Bastille im Jahr 1789 fiel und die Revolution an Fahrt gewann, war Lamballe eine der wenigen Höflinge, die der königlichen Familie nahe blieben. Ihr Engagement war so groß, dass sie sogar nach dem Transfer der königlichen Familie vom Schloss Versailles zum Tuilerin-Palast in Paris aus England, wo sie kurz Zuflucht gesucht hatte, zurückkehrte, um an der Seite der Königin zu stehen. Jedoch sollte diese Treue zu ihrem tragischen Ende führen. Nach dem Sturm auf den Tuilerin-Palast am 10. August 1792 wurde Lamballe im Gefängnis La Force inhaftiert. Am 3. September 1792 traf sie auf ein grausames Schicksal durch die Hände eines revolutionären Mobs und wurde eines der bekanntesten Opfer der September-Massaker. Ihr brutaler Mord, bei dem ihr Kopf auf einer Peike durch die Straßen von Paris paradiert wurde, symbolisierte die Wildheit der Revolution und den tief verwurzelten Hass auf die Monarchie und ihre Unterstützer. Ein Märchen von zwei Welten, das tägliche Leben im revolutionären Frankreich. Die Ära der französischen Revolution war eine Zeit der krassen Gegensätze, geprägt vom verschwenderischen Leben des Adels im Gegensatz zur kargen Existenz der Gemeinen. Die Prinzessin de Lamballe, geboren im Haus Savoyen und verheiratet in den französischen Adel, lebte ein Leben im Luxus. Am opulenten Hof von Versailles, wo Extravaganz die Norm war, war sie Teil einer Elite, die großartige Bälle, üppige Feste und hohe Mode genoss. Beispielsweise hob der berüchtigte Diamanten-Halsband-Skandal, der Marie Antoinette involvierte, die extravaganten und oft rücksichtslosen Ausgaben des Adels hervor. Versailles selbst, mit über 700 Zimmern, 2000 Fenstern und 1250 Schornsteinen, war ein Symbol dieses Übermaßes. Im krassen Gegensatz dazu standen die gewöhnlichen französischen Bürger vor schweren wirtschaftlichen Notlagen. Der durchschnittliche Tageslohn eines Arbeiters betrug etwa 30 Su, während ein Laib Brot bis zu 15 Su kosten konnte, was die Hälfte ihres täglichen Verdienstes verbrauchte. Die ländliche Bauernschaft, die etwa 80 Prozent der Bevölkerung ausmachte, arbeitete unter feudalen Verpflichtungen und schwerer Besteuerung, mit wenig bis gar keiner politischen Vertretung. Städtische Arbeiter in Paris lebten in beengten, unhygienischen Quartieren, oft mehrere Familien, die sich einen einzigen Raum teilten. Der Ausdruck, sollen sie doch Kuchen essen, Marie Antoinette fälschlicherweise zugeschrieben, wurde zum Symbol für die Entfremdung des Adels von den Kämpfen des einfachen Volkes. Während die Prinzessin de Lambal sich in Hofintrigen verwickelte und die Privilegien des Adels genoss, wuchs die Unzufriedenheit des dritten Standes, der die Gemeinen repräsentierte. Die Einberufung der Generalstände im Jahr 1789, zum ersten Mal seit 1614, war eine Reaktion auf die Finanzkrise Frankreichs. Sie wurde zur Plattform für die Luftmachung der Beschwerden des dritten Standes, was zum entscheidenden Ballhausschwur und zur späteren Bildung der Nationalversammlung führte. Der Ausbruch der Revolution markierte eine drastische Veränderung im Leben des Adels. Der Sturm auf die Bastille, eine Festung und ein Gefängnis in Paris am 14. Juli 1789 wurde zum Symbol der Revolution und zum Niedergang des Adelstandes. Viele Adelige flohen aus Frankreich in der sogenannten Ersten Emigration, während andere, wie die Prinzessin de Lambal, blieben und den Zorn der Revolution erlebten. Ihr Mord während der Septembermassaker 1792, bei denen über 1000 Gefangene getötet wurden, war ein Zeugnis für die gewalttätige Vergeltung der Revolution gegen den Adel. Für das einfache Volk war die Revolution ein Leuchtfeuer der Hoffnung, aber auch eine Quelle der Umwälzung. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, verkündet im August 1789, versprach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Doch die Realität war tumultartig, mit Perioden wie der Schreckensherrschaft 1793, unter Robespierre, die neue Formen der Unterdrückung und des Blutvergießens mit sich brachten. Geflüster im Spiegelsaal. Prinzessin de Lambal und der Hof von Versailles. In den prachtvollen und vergoldeten Hallen von Versailles, wo Intrigen wie eine verborgene Brise durch die Korridore flüsterten, stand Prinzessin Marie Thérèse-Louise von Savoyen-Carignan, die Prinzessin de Lambal, als eine zentrale Figur im inneren Kreis von Marie Antoinette. Ihre Ernennung im Jahr 1775 als Oberaufseherin des Haushalts der Königin, eine Position, die seit dem Weggang der Herzogin de Noailles vakant gewesen war, war nicht nur eine Hofanstellung, sie war ein Zeugnis des Vertrauens und der Freundschaft an einem Hof, wo Duplizität oft die Norm war. Die Rolle, in Geschichte und Prestige verwurzelt, hatte sie mit der Überwachung der täglichen Abläufe in den Gemächern der Königin und der Verwaltung ihrer persönlichen Angelegenheiten betraut, eine Verantwortung, die dem Navigieren eines Schiffes in stürmischen Gewässern glich. In Versailles, einem Ort, an dem einst der Sonnenkönig Ludwig XIV. wandelte, war die Atmosphäre ein blendendes Schauspiel aus Macht und Überfluss. Die Oberaufseherin des Haushalts der Königin war eine Rolle, umgeben von Luxus und Macht, die ein Personal von Hunderten überwachte, von Hofdamen bis zu Kammermädchen, jede mit ihrer eigenen Rolle im aufwendigen Ballett des Hoflebens. Für Lamballe bedeutete dies eine Position innezuhaben, die sowohl beneidet als auch genau beobachtet wurde. Ihr Einfluss war in jeder Ecke des Lebens der Königin spürbar, von den Stoffen, die für Kleider ausgewählt wurden, bis hin zu den Gästelisten für private Soirees. Lamballes Präsenz am Hof war geprägt von einer Balance aus Anmut und Einfluss. Für ihre Schönheit bekannt, beschrieben zeitgenössische Berichte sie als eine Figur der Eleganz und Gelassenheit, die sich in einem Hof abhob, wo Äußerlichkeiten von größter Bedeutung waren. Ihre Beziehung zu Marie Antoinette war ein komplexes Zusammenspiel aus persönlicher Zuneigung und politischer Allianz. Die Königin, oft Gegenstand öffentlicher Prüfung und von Fraktionen innerhalb des Hofes diffamiert, fand in Lamballe nicht nur eine Freundin, sondern auch eine Stütze der Unterstützung. Ihre Verbindung war ein seltenes Leuchtfeuer der Beständigkeit in der ständig wechselnden Landschaft von Versailles, wo Loyalität oft flüchtig war. Versailles war ein Universum für sich, eine Welt, in der jede Geste und jedes Wort Gewicht hatte. Lamballes facettenreiche Rolle als Gefährtin, Beraterin und Schiedsrichterin der Gunst der Königin platzierte sie im Herzen der Hofpolitik. Sie war Gastgeberin von Salons und Zusammenkünften, in denen die Elite von Paris die Themen des Tages diskutierte, ihre Räume ein Mikrokosmos der größeren Welt außerhalb der Palastmauern. Bei diesen Zusammenkünften wurde das Schicksal Frankreichs über Teetassen und im Schein von Kerzenlicht geflüstert. Jedoch war ihre Position im Herzen des königlichen Kreises nicht ohne Gefahren. Der verschwenderische Lebensstil von Versailles war oft ein Ziel öffentlicher Kritik und die extravaganten Ausgabengewohnheiten der Königin waren eine ständige Quelle der Kontroverse. Lamballe, durch ihre Nähe zu Marie Antoinette, fand sich im Netz der öffentlichen Prüfung verstrickt. Ihre unerschütterliche Treue, selbst als sich die Sturmwolken der Revolution sammelten, kennzeichnete sie als ein Symbol des alten Regimes und ein Ziel für den aufkeimenden Groll gegen die Monarchie. Das heraufziehende Unwetter. Präludium zur Französischen Revolution. In den Jahren vor der Französischen Revolution stand Frankreich am Rande des Abgrunds. Das politische Klima war eine explosive Mischung aus veralteten Traditionen und aufkeimenden Aufklärungsidealen. Und das soziale Gefüge war durch Ungleichheit und Unzufriedenheit zerrüttet. Die finanzielle Situation, prekär und sich verschlechternd, war der Funke, der die Flammen der Revolution entzünden würde. Die Wurzeln der Krise lagen tief im Boden der französischen Geschichte. Die Monarchie unter Ludwig XVI. war der Inbegriff absoluter Macht. Aber es war eine Macht auf wackeligen Fundamenten. Die Autorität des Königs war unbestritten, aber seine Entscheidungen, oft beeinflusst von einem Hof, der von der Realität des gemeinen Lebens abgehoben war, führten die Nation in Richtung Katastrophe. Die verschwenderischen Ausgaben des königlichen Hofes, einschließlich der extravaganten Ausgaben von Marie Antoinette, waren eine Quelle öffentlichen Ärgers. In der Zwischenzeit fügte Frankreichs Beteiligung an der amerikanischen Revolution von 1775 bis 1783 zu einer bereits belastenden Staatsschuld hinzu, die am Ende des Krieges auf etwa 1 Milliarde 300 Millionen Livre geschätzt wurde. Die soziale Struktur Frankreichs war ebenso problematisch. Die gesellschaftliche Ordnung des Ancien Regime war in drei Stände unterteilt. Den Klerus, erster Stand, den Adel, zweiter Stand und das gemeine Volk, dritter Stand. Der erste und zweite Stand genossen zahlreiche Privilegien, einschließlich Befreiungen von vielen Steuern, was den dritten Stand weiter belastete. Ende der 1780er Jahre war der Unterschied zwischen Reichen und Armen krass und wurde immer größer. Wirtschaftliche Not verschärfte die Situation. Schlechte Ernten in 1788 führten zu Nahrungsmittelknappheit und einem Anstieg der Brotpreise. In einer Gesellschaft, in der Brot die Grundnahrung war, war dies katastrophal. Der berühmte Satz, qu'ils mangen de la brioche, sollen sie doch Kuchen essen, Marie Antoinette, fälschlicherweise zugeschrieben, verkörpert die Entfremdung zwischen der herrschenden Klasse und dem leidenden Volk. Inmitten dieses Aufruhrs wurde die Generalstände im Mai 1789 zum ersten Mal seit 1614 einberufen. Diese Versammlung, die Vertreter aller drei Stände zusammenbrachte, sollte die Finanzkrise angehen. Sie wurde jedoch schnell zum Schauplatz tiefergehender Probleme. Der dritte Stand, der rund 98 Prozent der Bevölkerung repräsentierte, erhielt dieselbe Anzahl von Delegierten wie jeder der anderen beiden Stände, eine klare Fehlrepräsentation der Bevölkerungsverteilung. Diese Ungleichheit führte zu dem entscheidenden Moment am 17. Juni 1789, als sich der dritte Stand zur Nationalversammlung erklärte, ein Schritt in Richtung einer repräsentativeren Regierungsform. Der Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 wird oft als Beginn der französischen Revolution markiert, aber die Saat wurde viel früher gesät. Das wirtschaftliche Missmanagement, die soziale Ungleichheit und die politische Starrheit des Ancien Regimes schufen ein Pulverfass, das auf einen Funken wartete. Die Generalstände von 1789 waren dieser Funke, der eine Revolution entfachte, die die alte Ordnung hinwegfegen und nicht nur Frankreich, sondern die ganze Welt umgestalten würde. Bastiltag, der Katalysator des Wandels im revolutionären Frankreich. Der 14. Juli 1789 bleibt in der Geschichte als der Tag verewigt, an dem die Bastille fiel. Ein Tag, der den Zerfall eines alten Regimes und den Aufstieg einer neuen Ära in Frankreich symbolisierte. Der Sturm auf die Bastille, eine Festungsgefängnis in Paris, wurde zum Emblem der französischen Revolution, einem Symbol des Triumphes des Volkes, über die Despotie. Die Bastille, ursprünglich erbaut, um den östlichen Zugang zur Stadt während des Hundertjährigen Krieges gegen die Engländer zu verteidigen, hatte sich bis zum 17. Jahrhundert zu einem Staatsgefängnis entwickelt. Ihre dunklen, unheilvollen Mauern beherbergten am Tag des Angriffs lediglich sieben Gefangene, aber ihre Bedeutung lag weit über ihre physischen Grenzen hinaus. Sie stand als mächtiges Symbol für die Tyrannei der Bourbonenmonarchie, als Repräsentation der Unterdrückung der Freiheit und der Willkür der königlichen Macht. Die Spannungen in Paris hatten im Sommer 1789 zugenommen. Wirtschaftliche Not, angefacht durch einen harten Winter, der zu weit verbreiteten Missernten und einem daraus resultierenden Anstieg der Brotpreise führte, hatte die öffentliche Unruhe entflammt. Die politische Sackgasse der Generalstände und die Entlassung von Jacques Necker, dem Finanzminister, der als sympathisch gegenüber dem dritten Stand galt, verschärften die Situation weiter. Der Angriff auf die Bastille wurde sowohl durch Verzweiflung als auch durch Trotz ausgelöst. Am Morgen des 14. Juli hatten sich bereits Menschenmassen um die Festung versammelt, angespornt durch Gerüchte, dass königliche Truppen eingesetzt würden, um die neu gebildete Nationalversammlung aufzulösen. Die Forderung nach Waffen und der Freilassung von Gefangenen in der Bastille ging über die bloße Munition hinaus. Sie war symbolisch für das Streben des Volkes nach Freiheit und Gerechtigkeit. Der Angriff begann gegen Vormittag und dauerte bis in den späten Nachmittag. Die Verteidiger, eine Garnison von etwa 114 Soldaten, waren der angreifenden Streitmacht von fast 1000 Aufständischen zahlenmäßig weit unterlegen. Nach Stunden der Konfrontation und gescheiterten Verhandlungen stürmten die Angreifer die Festung. Der Fall der Bastille, gekennzeichnet durch den Gouverneur des Gefängnisses, Marquise Bernard René de Launay, der durch die Straßen geschleift und ermordet wurde, sein Kopf auf einer Pike durch die Stadt paradiert, war eine deutliche Darstellung des Zorns des Volkes. Die Auswirkungen des Falls der Bastille auf den französischen Adel, einschließlich Figuren wie Prinzessin de Lambal, waren sofort und tiefgreifend. König Ludwig XVI. bei der Nachricht von dem Ereignis fragte berühmt, ist es ein Aufstand? Nur um zu hören, nein, Sire, es ist eine Revolution. Dies markierte einen entscheidenden Wendepunkt in seiner Herrschaft, die Erkenntnis, dass die traditionelle Ordnung von Monarchie und Aristokratie nicht mehr haltbar war. Für die Prinzessin de Lambal, eine enge Vertraute und Freundin von Königin Marie Antoinette, war der Sturm auf die Bastille ein Vorbote persönlicher Tragödien. Als Oberaufseherin des Haushalts der Königin war sie eng mit dem Schicksal der königlichen Familie verbunden. Der Fall der Bastille signalisierte nicht nur eine drastische Veränderung der politischen Landschaft, sondern kündigte auch die gewaltsamen Umwälzungen an, die folgen würden und im September-Massaker von 1792 gipfelten, wo sie ihr brutales Ende fand. Der Sturm auf die Bastille wurde zu einem definierenden Moment in der französischen Revolution, einem Sammelpunkt, der das Ende der absoluten Monarchie und die Geburt der Volkssouveränität symbolisierte. Es war nicht nur die physische Befreiung eines Gefängnisses, sondern das Durchbrechen von Ketten, die das französische Volk lange gebunden hatten. Die Auswirkungen des Ereignisses halten durch die höchsten Ebenen des Adels wieder und signalisierten die unwiderrufliche Verschiebung der Macht vom Monarchen auf das Volk. Der Zug der Röcke, der Frauenmarsch der Versailles erschütterte. Der Frauenmarsch auf Versailles am 5. Oktober 1789 war nicht nur ein Protest. Es war ein seismisches Ereignis in der französischen Revolution, das den gewaltigen Einfluss der Frauen in der Bewegung unterstrich. Dieser Marsch begann als ein Schrei nach Brot auf den Märkten von Paris, entwickelte sich aber schnell zu einer revolutionären Handlung, die den Lauf der französischen Geschichte verändern würde. Frankreich im Jahr 1789 war ein Kessel der Unzufriedenheit. Die allgemeine Bevölkerung litt unter den doppelten Belastungen wirtschaftlicher Not und politischer Entmündigung. Eine Reihe schlechter Ernten hatte zu einem Mangel an Brot geführt, dem Grundnahrungsmittel der französischen Ernährung, was dessen Preis in die Höhe schnellen ließ. In diesem Klima erregte ein Gerücht über ein üppiges Bankett am Versailler Hof, bei dem die königliche Familie angeblich die Farben der Nation mit Füßen trat, den bereits köchelnden Zorn der Pariser. Dieses Gerücht, das später als übertrieben erwiesen wurde, war der Funke, der das Pulverfass öffentlicher Wut entzündete. Am Morgen des 5. Oktober versammelte sich eine Gruppe von Marktfrauen auf den Märkten von Paris, zunächst um Brot zu fordern. Als sie sich sammelten, schwoll ihre Zahl an und bald marschierten Tausende in Richtung Versailles, etwa zwölf Meilen entfernt. Die Gruppe wuchs, um nicht nur Frauen, sondern auch Männer einzuschließen, darunter Nationalgardisten unter der Führung des Marquis de la Fayette. Während ihres Marsches wuchs die Menschenmenge auf etwa 7.000 Frauen an. Die Frauen, bewaffnet mit allem, was sie finden konnten, Küchenmessern, Wäschewerkzeugen und Peking waren eine gewaltige Kraft, angetrieben von Verzweiflung und einem Gefühl der Ungerechtigkeit. Bei ihrer Ankunft in Versailles war die Szene chaotisch. Die Frauen, unbeeindruckt von den königlichen Wachen, bestanden darauf, den König zu sehen. Ludwig XVI., überwältigt vom Eifer und der Größe der Menge, stimmte zu, sich mit Vertretern der Frauen zu treffen. Diese Begegnung voller Spannung führte zu einer bedeutsamen Entscheidung. Der König stimmte zu, alles Brot in Versailles an die Menge zu verteilen und, noch bedeutender, mit seiner Familie nach Paris zurückzukehren. Die Rückkehr des Königs und der Königin nach Paris am 6. Oktober 1789 war ein Wendepunkt. Die königliche Familie, einst in der opulenten Isolation von Versailles eingeschlossen, war nun im Herzen von Paris, im Tuilerin-Palast. Dieser Schritt signalisierte eine Verschiebung der Machtverhältnisse und verwandelte den König effektiv in einen Gefangenen seines eigenen Volkes und stellte ihn der Gnade der revolutionären Kräfte aus. Dieser historische Marsch ist ein lebendiges Beispiel für die Kraft kollektiven Handelns und eine Erinnerung an die oft übersehene Rolle von Frauen in der Gestaltung der Geschichte. Die Frauen von Paris an jenem Oktobertag marschierten nicht nur für Brot. Sie marschierten für Gerechtigkeit, Gleichheit und ein Mitspracherecht in der Regierung ihres Landes und hinterließen einen unauslöschlichen Eindruck auf dem Gewebe der französischen Revolution. Dämmerung einer Dynastie. Die letzten Jahre der französischen Monarchie. Der Niedergang der französischen Monarchie, eine über Jahrzehnte bis zur und während der französischen Revolution sich entfaltende Saga markierte die allmähliche Auflösung der jahrhundertealten königlichen Macht. Die Herrschaft von Ludwig XVI., die im Jahr 1774 begann, erbte die Lasten der Extravaganzen seiner Vorgänger. Die Kosten der Beteiligung Frankreichs am Siebenjährigen Krieg und der Amerikanischen Revolution belasteten die königliche Schatzkammer erheblich. Als Ludwig XVI. den Thron bestieg, betrug die Staatsschuld atemberaubende 3.315.000.000 Livres, eine Zahl, die das jährliche Einkommen des Staates B weitem übertraf. Die Herrschaft von Ludwig XVI. war geprägt von einer Reihe finanzieller Fehltritte und einem Mangel an entschiedener Führung. Seine gutgemeinten aber letztendlich erfolglosen Reformen, wie die vorgeschlagene Besteuerung des Adels und des Klerus, stießen auf heftigen Widerstand. Dieser Widerstand führte zur Einberufung der Generalstände im Mai 1789 zum ersten Mal seit 1614. Ursprünglich gedacht, um die Finanzkrise anzugehen, öffnete das Treffen die Büchse der Pandora, entfachte revolutionäre Gefühle und stellte die Autorität der Monarchie in Frage. Die Umwandlung der Generalstände in die Nationalversammlung signalisierte eine tektonische Verschiebung der Machtverhältnisse. Dies wurde weiter durch den Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789, einem Datum, das jetzt als Bastilletag gefeiert wird, veranschaulicht. Obwohl zu dieser Zeit nur sieben Gefangene in der Bastille gehalten wurden, symbolisierte ihr Fall den Zerfall der königlichen Autorität und den Aufstieg der Volksmacht. Ereignisse wie der Frauenmarsch auf Versailles im Oktober 1789, der dazu führte, dass der König und die Königin aus dem isolierten Luxus von Versailles nach Paris gebracht wurden, veranschaulichten weiter den abnehmenden Einfluss der Monarchie. Die schwindende Macht der Monarchie wurde durch die Flucht nach Varennes am 20. Juni 1791 deutlich hervorgehoben. Der Versuch der königlichen Familie, aus Frankreich zu fliehen, ein Plan, der verraten und vereitelt wurde, markierte einen Punkt ohne Wiederkehr. Das Bild des Königs, verkleidet in Dienstbotenkleidung und in Varennes verhaftet, zerstörte jeglichen verbleibenden Anschein seines göttlichen Rechts und seiner Autorität. Der Aufstieg radikaler Gruppen wie der Jakobiner, angeführt von Figuren wie Maximilien Robespierre und der Sansculotten, der militanten Arbeiterklasse aus Paris, verschob die Revolution in Richtung radikalere Ergebnisse. Der Aufstieg dieser Gruppen gipfelte in der Erklärung der Ersten Französischen Republik am 21. September 1792, was effektiv das Ende der Monarchie bedeutete. Für Royalisten und Loyalisten waren die sich ändernden Gezeiten verheerend. Adlige und königliche Sympathisanten sahen sich einer weit verbreiteten Verfolgung gegenüber. Viele flohen ins Ausland in einer Bewegung, die als Emigrantenbewegung bekannt war. Die prominentesten Opfer dieses seismischen politischen Wandels waren König Ludwig XVI. und Königin Marie Antoinette, beide im Jahr 1793 hingerichtet, deren Tod das definitive Ende der Bourbonenherrschaft in Frankreich symbolisierte. Ein königlicher Fehltritt. Der unglückliche Flug nach Varennes. In den Annalen der Französischen Revolution gibt es wenige Episoden, die die Verzweiflung und das Drama dieser Zeit so sehr einfangen wie der Flug nach Varennes. Dieser missglückte Fluchtversuch von König Ludwig dem XVI. und seiner Familie im Juni 1791 markierte nicht nur einen Wendepunkt in der Revolution, sondern veränderte auch dramatisch das Schicksal der französischen Monarchie. Bis zum Jahr 1791 stand die französische Monarchie am Rande des Abgrunds. Die Revolution hatte die politische Landschaft drastisch verändert und König Ludwig XVI. fühlte sich unter zunehmendem Druck in Paris gefangen und machtlos. Die Radikalisierung der Revolution und der wachsende Einfluss von Clubs wie den Jakobinern und den Cordeliers machten die Position der königlichen Familie zunehmend prekär. Vor diesem Hintergrund wurde der Plan zur Flucht bekannt als der Flug nach Varennes konzipiert. Der Fluchtplan, der mithilfe mehrerer königstreuer Sympathisanten orchestriert wurde, bestand darin, aus dem Thülerin-Palast in Paris zu fliehen und in der königstreuen Hochburg Montmédi nahe der nordöstlichen Grenze Frankreichs Zuflucht zu suchen. In der Nacht des 20. Juni 1791 verließ die königliche Familie, verkleidet als Diener, Paris in einer schweren Kutsche. Dieses Fahrzeug, gewählt wegen seiner Kapazität, die Familie und ihre Begleiter zu transportieren, war ironischerweise auffällig und trug zu ihrem Verhängnis B. Die Reise war voller Fehlkalkulationen und Verzögerungen. Die königliche Familie, die unter dem Alias der Kortsack-Familie reiste, wurde mehrmals auf der Strecke erkannt. Die schicksalhafteste Erkennung geschah in Sainte-Ménoux, wo ein Postmeister namens Jean-Baptiste Drouet, der in der Leibgarde des Königs gedient hatte, Ludwig XVI. anhand seines Bildes auf einer Geldnote identifizierte. Drouet eilte dann nach Varennes voraus, wo er und die örtlichen Behörden die königliche Partei am Abend des 21. Juni festnahmen. Die Gefangennahme der königlichen Familie in Varennes, einer kleinen Stadt im Nordosten Frankreichs, war ein Moment hoher Dramatik. Die Nachricht von ihrer Verhaftung verbreitete sich schnell und schockierte die Nation. Die königliche Familie wurde unter öffentlicher Demütigung zurück nach Paris eskortiert. Menschenmassen säumten die Straßen, nicht um ihren Monarchen zu jubeln, sondern um einen gefallenen König zu betrachten. Die Folgen des Fluges nach Varennes waren tiefgreifend und weitreichend. Der gescheiterte Fluchtversuch schädigte die Glaubwürdigkeit und Legitimität des Königs schwer. Er offenbarte seine mangelnde Verpflichtung zur konstitutionellen Monarchie, die er zuvor geschworen hatte, zu unterstützen, und führte dazu, dass viele IN des Verrats an seinem eigenen Staat beschuldigten. Dieses Ereignis verhärtete die öffentliche Meinung gegen die Monarchie und gab den Revolutionären, insbesondere den radikaleren Fraktionen, einen erheblichen Auftrieb. Für die königstreuen Unterstützer war der Flug nach Varennes ein verheerender Schlag. Er schwächte ihre Position und machte ihre Sache in den Augen der Revolutionäre mit Verrat gleichbedeutend. Der Vorfall führte zu verstärkter Überwachung und Verfolgung von mutmaßlichen Königstreuen, was die ohnehin gespaltene französische Gesellschaft weiter polarisierte. Schatten des Wandels. Der radikale Puls der französischen Revolution. Während der turbulenten Jahre der französischen Revolution markierte der Aufstieg radikaler Gruppen wie der Jakobiner und der Sanskulotten eine signifikante Verschiebung in der revolutionären Erzählung. Die Jakobiner, die aus der größeren Gesellschaft der Freunde der Verfassung hervorgingen, entwickelten sich schnell von einer Gruppe, die eine konstitutionelle Monarchie befürwortete, zu den Standardträgern des radikalen Republikanismus. Gegründet im Dominikanerkloster in der Rue Saint-Honoré Paris im Jahr 1789 umfassten die Jakobiner Leuchten wie Maximilien Robespierre, Georges Danton und Jean-Paul Marat, Figuren, die später zentral für die Schreckensherrschaft sein würden. Unter Robespierres Führung steuerten die Jakobiner die Revolution in ihre extremste und blutigste Phase zwischen 1793 und 1794. Diese Periode, bekannt als die Schreckensherrschaft, war geprägt von der harten Unterdrückung vermeintlich gegen revolutionäre Aktivitäten. Das Revolutionstribunal, eingerichtet von den Jakobinern, überwachte die Hinrichtung Tausender, einschließlich König Ludwig XVI. und Königin Marie Antoinette. Robespierre berüchtigte Rechtfertigung, der Terror ist nichts anderes als schnelle, strenge, unbiegsame Gerechtigkeit, wurde zum erschreckenden Inbegriff ihrer Herrschaft. Die Sanskulotten, die militanten Arbeiterklasse Pariser, waren eine eher amorphe und dezentralisierte Kraft. Ihr Name, ohne Kniehosen, symbolisierte ihre Ablehnung des aristokratischen Kleidungscodes. Sie waren entscheidend bei Schlüsselereignissen wie dem Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 und dem Frauenmarsch auf Versailles. Die Sanskulotten wurden angetrieben von Forderungen nach direkter Demokratie und wirtschaftlichen Reformen, einschließlich Preisregulierungen für Brot, einem lebenswichtigen Grundnahrungsmittel für die Armen, dessen Preis aufgrund schlechter Ernten und wirtschaftlicher Fehlverwaltung in die Höhe geschossen war. Die Beziehung zwischen den Jakobinern und den Sanskulotten war komplex und symbiotisch. Während die Jakobiner ideologische Richtung und politische Stimme lieferten, waren die Sanskulotten die Muskelkraft, die die radikalen Politiken auf den Straßen durchsetzten. Diese Partnerschaft zeigte sich in der Insurrektion des 10. August 1792, die zum Sturz der Monarchie und zur Gründung der Ersten Französischen Republik führte. Der Einfluss dieser radikalen Gruppen veränderte dramatisch den Verlauf der Französischen Revolution. Die Jakobiner durch das Komitee für Öffentliche Sicherheit und die Sanskulotten durch ihren Grassroots-Aktivismus drängten die Revolution zu radikalen Reformen und formten die französische gesellschaftliche und politische Landschaft um. Die Schreckensherrschaft, obwohl brutal, war ein Zeugnis ihres unnachgiebigen Engagements für ihre revolutionären Ideale. September 1792. Ein dunkles Kapitel im revolutionären Paris. Die turbulente Erzählung der Französischen Revolution erreichte mit den Septembermassakern von 1792 einen Höhepunkt der Brutalität. Innerhalb von nur wenigen Tagen, vom 2. bis zum 6. September, wurden die Straßen von Paris vom Blut von über 1000 Gefangenen befleckt, was eines der erschütterndsten Episoden der Revolution markierte. Diese Welle von Tötungen, angetrieben von einer Mischung aus Angst, Paranoia und revolutionärem Eifer, hinterließ einen unauslöschlichen Stempel in der Geschichte der Revolution. Die Saat dieser Gewalt wurde in einem Klima aus Krieg und innerem Aufruhr gesät. Frankreich, gerade am 21. September 1792 zur Republik erklärt, befand sich im Konflikt mit Österreich und Preußen. Die politische Atmosphäre war nach dem Sturm auf den Thülerin-Palast am 10. August gespannt, was zur Inhaftierung von König Ludwig, dem 16. und seiner Familie führte. Die wachsende Angst vor einem königstreuen Aufstand in Paris, gepaart mit dem Manifest des Herzogs von Braunschweig, der Vergeltung androhte, falls der königlichen Familie etwas zustoßen sollte, schuf eine explosive Mischung aus Angst und Wut unter den Revolutionären. Die September-Massaker begannen im Abaye-Gefängnis und breiteten sich schnell auf andere Gefängnisse wie La Force, die Carmes und Saint-Firman aus. Die Opfer, die von verdächtigen, königstreuen Sympathisanten und Klerus bis hin zu gewöhnlichen Kriminellen reichten, wurden oft hastigen, improvisierten Prozessen durch improvisierte Tribunale unterzogen, wenn überhaupt, bevor sie brutal getötet wurden. Schätzungen der Opferzahl reichen von 1100 bis 1400, ein erschreckendes Zeugnis für das Ausmaß der Gewalt. Die Täter waren eine gemischte Gruppe, darunter radikale Sanskulotten, Mitglieder der Nationalgarde und sogar gewöhnliche Pariser, die vom Eifer mitgerissen wurden. Die Tötungen waren wahllos und barbarisch, viele Opfer wurden brutal in den Gefängnissen ermordet oder auf die Straßen gezerrt. Das Massaker im Carmes-Gefängnis, bei dem über 100 Priester und Kleriker getötet wurden, war besonders grausam. Unter den bemerkenswerten Opfern war Prinzessin de Lambal, eine enge Freundin von Königin Marie-Antoinette. Im Gefängnis, La Force inhaftiert, war sie nicht wegen ihrer politischen Handlungen, sondern wegen ihrer Verbindung zur Monarchie und ihrem aristokratischen Hintergrund ein Ziel. Ihr Tod, gekennzeichnet durch seine Brutalität, wurde emblematisch für die Grausamkeit der September-Massaker. Die Auswirkungen der September-Massaker auf die französische Revolution waren tiefgreifend. Das Ausmaß und die Brutalität der Tötungen schockierten sowohl Befürworter als auch Gegner der Revolution. Die Ereignisse signalisierten eine Verschiebung hin zu radikaleren und gewalttätigeren Maßnahmen gegen vermeintliche Feinde der Revolution und bereiteten den Weg für die Schreckensherrschaft, die folgen sollte. Tragödie im Morgengrauen des Terrors, das Schicksal der Prinzessin de Lambal, der grausame Mord an Prinzessin de Lambal, Marie-Thérèse Louise von Savoyen-Carignan, am 3. September 1792, während der September-Massaker sticht als eine der brutalsten Episoden der französischen Revolution hervor. Geboren im Haus Savoyen am 8. September 1749 in Turin, Italien, wurde die Prinzessin im Alter von 17 Jahren mit Louis-Alexandre de Bourbon, Prinz de Lambal, verheiratet. Ein Jahr später verwitwet, wurde sie zu einer bedeutenden Figur am Hof von Versailles, berühmt für ihre Schönheit und ihre enge Freundschaft mit Königin Marie Antoinette. Ihre Rolle als Oberaufseherin des Haushalts der Königin, die ihr im Jahr 1775 verliehen wurde, machte sie zu einer prominenten, aber umstrittenen Figur und zog den Zorn derer auf sich, die die Monarchie ablehnten. Der Sommer 1792 war eine kritische Periode in der Revolution. Der Sturm auf den Tuilerin-Palast am 10. August und die anschließende Inhaftierung der königlichen Familie verschärften die Spannungen in ganz Paris. Als enge Vertraute von Marie Antoinette wurde Prinzessin de Lambal zum Ziel des Zorns der Revolutionäre gegen die Monarchie. Im Gefängnis La Force inhaftiert war sie unter den Aristokraten und Royalisten, die in der revolutionären Begeisterung, die die Stadt erfasste, gefangen waren. Während der September-Massaker zielten revolutionäre Mobs, getrieben von der Angst vor gegenrevolutionären Verschwörungen und dem Wunsch nach Vergeltung gegen die Monarchie, auf Gefängnisse in ganz Paris. Die Prinzessin de Lambal, aufgrund ihrer engen Verbindungen zur königlichen Familie bereits verwundbar, fand sich mitten in diesem Chaos wieder. Am Morgen des 3. September wurde sie gewaltsam aus ihrer Zelle geholt und einem Scheinprozess durch ein hastig zusammengestelltes revolutionäres Tribunal unterzogen. Trotz ihrer Bitten um Gnade wurde sie der Verbrechen gegen das französische Volk für schuldig befunden. Die darauf folgenden Ereignisse waren eine grausame Darstellung von Lynch-Justiz. Die Prinzessin wurde auf die Straßen von Paris gebracht, wo sie auf eine feindselige und rasende Menschenmenge traf. Die genauen Einzelheiten ihres Mordes sind Gegenstand historischer Debatten, Doch die Berichte stimmen in ihrer Brutalität überein. Sie wurde grausam geschlagen und verstümmelt, ihr Körper auf eine Weise entweiht, die selbst zeitgenössische Beobachter schockierte. Die Motivationen für ihren Mord waren tief verwurzelt in der revolutionären Gesinnung, die sich in ganz Frankreich ausbreitete. Prinzessin de Lambal verkörperte alles, was die Revolutionäre verachteten. Aristokratie, Privilegien und eine enge Verbindung mit der verhassten Königin Marie-Antoinette. Ihr Tod war eine Manifestation der dunkelsten Impulse der Revolution, ein Symbol für den radikalen Wandel, der Frankreich erfasst hatte. Die Folgen des Mordes an der Prinzessin waren erschütternd. Revolutionäre paradierten ihren abgetrennten Kopf auf einer Pik durch die Straßen und zeigten ihn vor den Fenstern der inhaftierten Marie-Antoinette in einem grotesken Akt psychologischer Folter. Diese extreme Gewalttat sollte Angst unter den Anhängern der Monarchie verbreiten und als deutliches Symbol für die Macht der Revolution und ihre Bereitschaft, brutale Rache an ihren Feinden zu üben, dienen. Der Tod der Prinzessin de Lambal war ein Wendepunkt in der französischen Revolution und markierte den Übergang zur Schreckensherrschaft. Er zeigte die gewalttätigen Extreme, zu denen die Revolution eskaliert war, weit entfernt von ihren frühen Idealen von Freiheit und Gleichheit. Das tragische Ende der Prinzessin wurde zum Symbol für die Brutalität der Revolution und die Gefahren unkontrollierter politischer Leidenschaft. Für Königin Marie-Antoinette war der Verlust ihrer lieben Freundin und Vertrauten ein verheerender Schlag, der sie in ihrer Gefangenschaft und Verzweiflung weiter isolierte. Die Brutalität des Todes der Prinzessin unterstrich die gefährliche und volatile Umgebung, in der sich die Königin befand, und war ein Vorbote des düsteren Schicksals, das ihr bevorstand. Der Schatten der Guillotine, die Schreckensherrschaft und der Fall des Adels. Die Schreckensherrschaft, ein düsteres Kapitel in der französischen Geschichte, dauerte vom 5. September 1793 bis zum 28. Juli 1794. Unter der Leitung von Maximilien Robespierre und dem Wohlfahrtsausschuss repräsentierte sie eine Zeit extremer politischer und sozialer Umwälzungen, gekennzeichnet durch weit verbreitete Gewalt und systematische Verfolgung vermeintlicher Feinde der Revolution. In dieser Ära ergriff die revolutionäre Regierung drastische Maßnahmen, um Opposition zu zerschlagen und Macht zu konsolidieren, was in geschätzten 17.000 offiziellen Hinrichtungen resultierte, obwohl die tatsächliche Zahl einschließlich außergerichtlicher Tötungen und Todesfälle im Gefängnis viel höher sein könnte. Robespierre, eine Figur, die mit der Schreckensherrschaft gleichgesetzt wird, nutzte das Revolutionstribunal als Werkzeug politischer Unterdrückung. Die Guillotine, eine Vorrichtung, die darauf abzielte, Hinrichtungen zu demokratisieren, wurde zum Symbol dieser Ära und stand für schnelle und oft willkürliche Gerechtigkeit. Die Angst und der Verdacht, die vom Tribunal geschürt wurden, durchdrangen jede Gesellschaftsschicht. Der Adel fand sich besonders als Feinde des Staates unerbittlich verfolgt. Hochkarätige Hinrichtungen, wie die von König Ludwig dem 16. am 21. Januar 1793 und Königin Marie Antoinette am 16. Oktober desselben Jahres, unterstrichen die Schwere der Situation. Ihr Tod symbolisierte nicht nur den Fall der Bourbonenmonarchie, sondern markierte auch die Dezimierung des französischen Adels. Die Auswirkungen der Schreckensherrschaft auf die mit der Monarchie verbundenen Personen waren verheerend. Der bloße Verdacht der Loyalität zur Krone konnte zu Verhaftung und Hinrichtung führen. In dieser Zeit wurden jahrhundertealte Adelslinien ausgelöscht und es kam zu einer dramatischen Verschiebung in der sozialen Hierarchie. Bemerkenswerte Aristokraten, wie der Herzog von Orléans, Louis Philippe II., der die Revolution anfänglich unterstützte und sogar für die Hinrichtung des Königs stimmte, wurden nicht verschont und fanden ihr Ende unter der Guillotine. Die unerbittliche Verfolgung von Royalisten und Adligen führte zu einer bedeutenden Immigration dieser Klassen, was zu einem Braindrain führte, der verschiedene Aspekte des französischen kulturellen und politischen Lebens beeinflusste. Robespierres Regime, anfangs wegen seines revolutionären Eifers begrüßt, verfiel schließlich in einen Zyklus aus Paranoia und Blutvergießen. Die Einführung des Kults des Höchsten Wesens im Jahr 1794, Robespierres Versuch, das Christentum durch eine staatlich geförderte, deistische Religion zu ersetzen, entfremdete viele seiner Unterstützer weiter. Das Fest des Höchsten Wesens am 8. Juni 1794, gedacht als Demonstration von Einheit und Stärke, unterstrich stattdessen Robespierres wachsende Entfremdung von der Bevölkerung und den revolutionären Idealen. Die thermidorische Reaktion, der Rückschlag gegen Robespierre und seine Politik, war schnell und entscheidend. Am 27. Juli 1794, neuen Thermidorjahr II, wurden Robespierre und seine engen Verbündeten verhaftet. In einem Schicksalswendungen wurden sie am darauffolgenden Tag auf dem Platz der Revolution ohne Prozess hingerichtet, und zwar mit derselben Guillotine, die während der Schreckensherrschaft so viele gefordert hatte. Die Schreckensherrschaft veränderte die französische Gesellschaftslandschaft grundlegend. Die Dezimierung des Adels und die Umverteilung ihres Reichtums und Eigentums markierten eine bedeutende Umverteilung von Macht und Ressourcen. Diese Periode setzte auch einen historischen Präzedenzfall für die Längen, zu denen eine Regierung im Namen der Ideologie gehen könnte. Eine Lektion, die in Diskussionen über politische Macht und Menschenrechte nachhalt. Geflüster aus der Guillotine. Mythen und Legenden der französischen Revolution. Die französische Revolution, ein Schmelztiegel bedeutender historischer Ereignisse, ist von einer Vielzahl von Mythen und Legenden umgeben. Insbesondere bezüglich Schlüsselfiguren wie Marie-Antoinette und der Prinzessin de Lambal. Diese ausgeschmückten Geschichten haben unser Verständnis und unsere Erinnerung an die Ära geprägt und oft die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion verwischt. Der berüchtigste Mythos wird Marie-Antoinette zugeschrieben. Der Satz, sollen sie doch Kuchen essen, angeblich geäußert als Antwort auf die Nachricht, dass das Volk kein Brot habe, ist in der populären Geschichte verankert. Historiker stimmen jedoch überein, dass es keine Beweise gibt, dass sie dies jemals gesagt hat. Jean-Jacques Rousseau erwähnte in seinen Bekenntnissen eine große Prinzessin, die diese Worte äußerte, aber das Buch wurde geschrieben, als Marie-Antoinette noch ein Kind war. Diese Fehlzuschreibung spiegelt die Wahrnehmung der Abgehobenheit der Monarchie von den Kämpfen des gemeinen Volkes wider. Eine Erzählung, die die revolutionäre Leidenschaft befeuerte. Prinzessin de Lambal, eine enge Freundin von Marie-Antoinette, erlitt im September 1792 einen grausamen Tod durch einen Mob. Geschichten über ihren Mord sind oft mit dramatisiertem Schrecken beladen. So wird zum Beispiel behauptet, dass ihr Kopf auf einer Pike durch Paris getragen wurde, ein Detail, das unter Historikern umstritten ist. Ihr Schicksal, obwohl zweifellos tragisch, wird manchmal in einer Sensationslust verpackt, die ihre Rolle am Hof und ihre Beziehung zur Königin überschattet. Die Hinrichtung von König Ludwig XVI. ist ein weiteres von Mythen umhülltes Ereignis. Während einige Darstellungen ihn als stoisch und würdevoll seinem Tod entgegentreten zeigen, suggerieren andere, dass er von Angst überwältigt war. Seine angeblichen letzten Worte Werden oft zitiert, um seinen Geisteszustand darzustellen, obwohl die Genauigkeit dieser Worte umstritten ist. Die Guillotine, das Symbol der schnellen Gerechtigkeit der Revolution, ist von Übertreibungen umgeben. Während sie während der Schreckensherrschaft ein Werkzeug für Massenhinrichtungen war, wird die Anzahl ihrer Opfer in populären Erzählungen manchmal aufgebauscht. Historische Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass etwa 17.000 Menschen in diesem Zeitraum durch die Guillotine hingerichtet wurden. Eine weniger sensationelle, aber nicht weniger tragische Zahl. Maximilien Robespierre, oft als der Drahtzieher der Schreckensherrschaft verteufelt, ist eine komplexe Figur mit vielen Mythen um sich herum. Anfangs ein Befürworter gegen die Todesstrafe und für demokratische Ideale, hat seine spätere Rolle in der Schreckensherrschaft seine früheren politischen Positionen überschattet. Seine eigene Hinrichtung am 28. Juli 1794, oft als poetisches Ende der Schreckensherrschaft gesehen, trägt zur narrativen Komplexität seiner Figur bei. Der Sturm auf die Bastille, ein Symbol für den Beginn der Revolution, ist ein weiteres von Mythen umgebenes Ereignis. Es wird oft dramatisiert als heroischer Angriff einer großen, organisierten Menschenmenge gegen ein schwer befestigtes Gefängnis. Tatsächlich waren zum Zeitpunkt des Angriffs nur sieben Gefangene in der Bastille. Und die Festung war nicht so formidabel, wie es die populäre Überlieferung darstellt. Die Legende der Trikoteuse, der strickenden Frauen der Revolution, die angeblich bei der Guillotine saßen und jede Hinrichtung feierten, verleiht der Erzählung einen makabren Touch. Während Frauen tatsächlich bei Hinrichtungen anwesend waren, waren ihre Motivationen wahrscheinlich vielfältig, von politischer Unterstützung bis hin zu bloßer Neugier. Diese Legende wurde jedoch genutzt, um die makabre Faszination mit der Arbeit der Guillotine darzustellen. Wenn wir die Seiten unserer Erforschung der Prinzessin von Lamballe und der turbulenten Saga der Französischen Revolution schließen, erinnern wir uns an die tiefgründigen Worte von Maximilien Robespierre. Das Geheimnis der Freiheit liegt in der Erziehung der Menschen, während das Geheimnis der Tyrannei darin besteht, sie unwissend zu halten. Diese Reise durch die Geschichte hat nicht nur das Leben und das tragische Ende einer königlichen Figur enthüllt, die im Strudel des Wandels gefangen war, sondern auch Licht auf eine Revolution geworfen, die nicht nur Frankreich, sondern auch die Ideale von Gesellschaften weltweit neu geformt hat. Von den opulenten Hallen von Versailles, wo Prinzessin de Lamballe einst mit ihrer Eleganz den Hof schmückte, bis zu den dunklen Straßen von Paris, die Widerhallen mit den Rufen nach Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, bleibt die Französische Revolution ein Zeugnis für die Macht des menschlichen Geistes, der nach Gerechtigkeit und Gleichheit strebt. Es war eine Ära, die den Fall von Königen und den Aufstieg des einfachen Menschen erlebte, eine Epoche, in der der Schatten der Guillotine groß war, aber die Flamme der Freiheit immer heller brannte. Während wir diesem Kapitel der Geschichte Lebewohl sagen, wollen wir seine Lehren weitertragen und sicherstellen, dass das Echo der Vergangenheit unseren Weg zu einer gerechteren Welt erhält.